Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sheltered. So, die beiden hier haben nichts zu tun. Ich kann leider auch keine Bücher lesen. Können sich um Würmer kümmern, die kommen und natürlich um Mutanten, die da oben irgendwann auftauchen werden. Und vielleicht auch mal den Sauerstofffilter reparieren und den Wasserfilter. Das ist doch mal eine Maßnahme. Das macht mal der gute Mark. Wir würden den mal nehmen, den Anzug, und wir können auch die Anzüge mal bearbeiten. Und wir können die auch immer wieder weghauen und für jede Mission extra ausrüsten. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Das hast du hier, dann machen wir jetzt mal drei Rüstung. Und das nächste Mal, wenn wir losgehen, weißt du, jetzt brauchen wir drei Rüstung. Und hier geben wir auch drei Rüstung, weil die sind gerade hier im Bunker. Und das nächste Mal machen wir es halt anders. Macht schon Sinn irgendwie. So. Wenn das nicht permanent ist. Das sind gute Sachen, die wir hier haben. Besonders hier der Transistor gefällt mir gut. Braucht man auch für irgendwas. Für den Recycler, falls wir den uns mal leisten können. Machbar ist das, ne? Braucht aber auch wieder diese Schaltplatten. Und die würden wir dann kriegen, wenn wir halt alte technische Geräte zerlegen. Wir haben schon angefangen, die Kryogenkammern zu zerlegen. Er hat uns doch nie gesagt, dass wir die brauchen. Das heißt, warum sollten wir das nicht machen? Hm. Okay. Aber über kurz oder lang ist das hier so das Erste, was wir machen wollen, ne? Brauchen wir noch eine Schaltplatte und zwei Schutzschalter. Okay. So, was macht sie jetzt? Hier oben mal reparieren, ne? Und schließend hier noch reparieren. Sehr gut. Schön übel hier, oder? Ach, guck mal. Und Fliegen gibt's noch. Verrückt. Mutantenfliegen. Macht keinen Scheiß. Ah, das ist okay. Kein Problem. Gucken wir auch mit so einem Rohr weiter. Aber die Axt hat halt dreimal so viel Schaden gemacht. Oh, Alter. Ui, nicht schlecht, der Specht. Der hat's drauf. Der alte Terminator hier. Entwaffnet. Also, ich hab noch mal geguckt in das, die anderen Videos. Aua. Ähm, da, da war nix. Nix zu sehen von wegen Waffen verloren. Wir haben die noch gehabt beim letzten Kampf mit den beiden, ne? Mit Mutter und Tochter waren wir ja unterwegs. Und als wir dann zu Hause waren, waren die Waffen irgendwie nicht mehr dabei. So, Objekte untersuchen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bücher wollen wir mitnehmen für das Wissen, für unsere Nachfahren. Unbedingt. Oh. Was bringt das eigentlich? Acht? Oh, natürlich nicht. Wissen wir jetzt, wie wichtig das ist. Oh, das könnten wir schon hier machen. Kostet alles 25, ne? Das ist ganz schön. Ja, 20, 25. Ganz schön heftig. 50. Alter. Krass. So, die Zementsäcke bringt zwei. Ja, wir können ja den Bunker nicht weiter bauen, ne? Das habe ich auch nicht vorgesehen. So. Wir müssen mitwirken, sonst kann es sein, dass sie einfach sterben, wenn wir es ihnen überlassen. Das wollen wir nicht. Guck mal, die Waffe hat er das letzte Mal verloren, ne? Wurde er ja entwaffnet. Und trotzdem hat er es jetzt wieder in der Hand. Das ist ja auch logisch. Ich meine, der Kampf ist vorbei. Man sammelt seine sieben Sachen und weiter geht's, ne? Aha. Immer auf die Waffe gehen. Schlingel. Komm noch an Schlag. Perfekt. Jo. Und Stärke ein, hoch. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich glaube, mit zwölf Stärke können wir dann das Potenzial richtig ausnutzen. Von den, äh, Waffen, von den Laserwaffen. So, eigentlich alles schick. Ich würde Lucy gerne hier unten lassen, falls ein Wurm kommt, dass wir uns dem widmen können. Ja, komm, einen Schutzschalter können wir ja nochmal herstellen, oder? Stand da irgendwas von? Ach ja, Tierfett. Einen Schutzschalter können wir nochmal herstellen. Tierfett. Tierfett können wir hier nicht machen. Also muss es ja auch Tiere geben, oder? Wäre sonst keinen Sinn. Gut, also einen so einen Schutzschalter würde ich nochmal machen, aus dem Schrott, den wir hier vielleicht irgendwo haben. Ähm, zum Beispiel das hier. Wo machen wir 26? Gar kein Problem. Gucke mal. Da kommen wir dem Ganzen nämlich schon näher. Perfekt. So, Mark. Könnten die Effizienz... Ah, brauchen wir acht Leder. Alter Verwalter. Natürlich nicht schlecht, weil jetzt aktuell, äh, regnet es ja eher, eher nicht so. Von daher... Wäre es eigentlich ganz cool, die Effizienz zu verbessern. Nicht, dass wir hier... Dass es das Wasser ausgeht. Wobei, wir sind die letzten menschlichen Überlebenden. Das heißt, Leute einladen werden wir nicht können hier in unserem Bunker. Ach, schade. Haben wir wieder... Brauchen wir ein elektronisches Schloss. Aber... Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass es da ist. Warte mal, können wir das mitnehmen? Ne, können wir nicht. Okay. Ach so, ein elektronisches Schloss ist bestimmt ein Safe oder so. Das hätte ich gesagt. Nehmen wir die Schatulle doch mit. Und kümmern uns dann, äh... Zuhause drum. So, alles gut. Keine Würmer. Drumkern. Ja, ist bei 95. So, Marc repariert noch. Und der ist auch noch gut drauf. Der kann das machen. Gut. Gut. Wir hoffen auf den nächsten Regen und sollten vielleicht uns mal um unsere Pflanzen kümmern. Wo ist denn Lucy? Da oben. So, das machen wir mal. Oh, da kommt ein Wurm. Aber erst mal schnell gießen. Und dann muss Lucy kämpfen. So, gießen. Wurm angreifen. Die glitschen hier auch so durch die Wände, ne? Die müssen nicht mal eine Leiter benutzen. So, Lucy. Wo ist der Wurm hin? Da oben. Kinder. Der macht uns hier die Skulptur kaputt. Die wir auch zerlegen könnten übrigens. Für Rohstoffe. Aber vielleicht macht die uns ein bisschen glücklich. Ja, wir werden die mal beide benutzen. Da ist nur einer. Na, trotzdem. Kinderpower. So. Ja, ja, versuch's nur. Okay. Fantastisch. Großartig. So, wie viel haben wir jetzt von dem Zeug? Zwei. Okay. Ein bisschen Stärke und Geschick für Lucy. Kinder, das habt ihr gut gemacht. So, Mark wird jetzt schlafen. Das ist auch okay. Nee. Nicht zerlegen. Oh, um Gottes Willen. Putz einmal brauchen wir unbedingt. Gut. Na, tolle Wurst. Gut, aber unsere Leute sind noch ein bisschen unterwegs, ne? Es ist nur noch die Hütte. Ja, und dann hier. Also, da können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen mit dem Vogel da oben. Ihr könnt doch eigentlich schlafen gehen. Warum macht das nicht? Da wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Und so, zu putzen gibt's nichts. Boah. Leute können wir mal reparieren. Gucken uns jetzt mal die Hütte an. Das ist die da oben noch, ne? Genau. Perfekt. Wunderbar. Na ja. Das ist unser Zombie hier oben, der so lustige Geräusche macht. Kleiner, mieser Mutant. Da hat doch schon jemand an dir rumgeknabbert. Alle angeknabbert hier. So, was haben wir denn da noch? Oh, Metall. Uh. Okay. Wir haben gute Sachen, Freunde. Wir haben wirklich gute Sachen. Nylon. Wer braucht denn Nylon? Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Oh, das Spielzeug müssen wir auch unbedingt aufheben. Also, wir lassen das hier und das hier. Nehmen natürlich das mit und das mit. Ist das ein Sonnenhut? Ist ein Sonnenhut, Freunde. Vielleicht sollten wir den auch mitnehmen für die alte Seife. Fürs Antibiotikum, weißt du? Und Kordit, ich weiß nicht, ob wir Sprengstoff oder so machen können. Eigentlich nicht, ne? Waffenwerkbank oder so. Habe ich nicht gefunden. Lassen wir das. Da lassen wir es. Ja, das ist okay. Wunderbar. Wir können keine Grenzen. Wir können keine Granaten machen. Feuerlöscher, ja. Löscht Feuer. Brauchen wir nicht. Bei uns wird es nicht brennen. Verbandskasten. Ach, dafür brauchen wir Nylon, ne? Mhm. Auch nicht so verkehrt. Auch für die Verbandskasten, da brauchen wir Nägel für. Alles klar. So, jetzt sind die nämlich so langsam, glaube ich, auf dem Rückweg. Das heißt, Lucy geht's gut. Wird er sich ja auch nochmal schnell hinlegen zum Schlafen. Haben wir das schon mal erledigt, weißt du? Weil die anderen kommen ja dann wieder und belegen da die Betten. Und dann müssen wir uns zu zweit gleich um die kümmern. Bauernhof, wo ist denn der noch? Hier, sehr gut. Nee, fühl ich gut. Alles in Ordnung. Schwarzer Regen an der Oberfläche. Das ist auch gut. Weil wir brauchen mal wieder Regen. Boden ist feucht. Würmer haben wir keine. Kann er sich eigentlich schon mal sein. Im Anzug 3, ne? Mark und Lucy. Haben wir beide Rüstung. Das ist richtig jetzt für die Geschichte. So, dann sagen wir ihr auch. Sie soll den Anzug nehmen. Und wir schauen mal, wie viele Mutanten hier sind. Einer. Du Fatzke. Aua, geiles T-Shirt. Mhm. Ja, können wir auch. Können wir auch. Okay, Nancy, gib alles. Jawohl, da hat sie nochmal. Oh, drei gute Schläge rausgeholt. So, Gregory. Och, Mensch. Das ist Frauenpower. Na, da muss die Nancy es wohl machen. Ich glaube, die ist auch ein bisschen psychisch stabiler, oder? So. Wunderbar. Schick ist hochgegangen. Bisschen Trauma. Kein Problem. Perfekt. So, sie zieht sich jetzt auch an. Sie kann ja schon mal hochgehen. Und ab geht's. So. Sich den Mutanten nähern. Natürlich. Nehmen wir alles mit. Seitens kommen drei Leute, dann würde ich auch fliehen, aber gegen zwei. Nancy. Eins, zwei. Naja, immerhin. Zwei, zweistellige. Schadenwerte her. Oh. Der kriegt immer so, der erste Angriff ist immer nicht so seins, ne? Da ist er noch entwaffnet worden. Auch nicht so toll ist. Wir versuchen es mal mit Fäusten. Jawohl. So. Da holt der Papa die Boxhandschuhe raus und dann geht's eben so. Wenn jetzt unsere andere Laserwaffe auch weg ist, dann raste ich aus. Wenn wir jetzt wieder nach Hause kommen, das kann ja nicht sein. So. Nächste Person. Ausrüsten. Okay, Kinder. Ihr habt schon die Würmer erfolgreich aus dem Bunker vertrieben. Jetzt vertreibt hier den Zombie. Hier oben sehen wir den Rüstungsbonus. Ha, 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 ha. Hm. Perfekt. Sehr gut. Stärke beide auf 10. Richtig nice. So, jetzt kann sie eigentlich hier nochmal schnell reparieren. Und das auch schnell reparieren. Wie sieht's denn aus mit der Kontamination? 14 Prozent. Ja, Freunde, wir werden... Trauma plus 10. Oh, nicht gut. Mark. Was ist da los? Wir werden das Ding jetzt hier nochmal aufrüsten. Müssen wir machen. Warte mal, aufrüsten. Ja. Jetzt macht das. Das macht Lucy. Ne, warte mal. Was ist das hier? Das ist Lucy. Ja, sag ich doch. Äh, okay. Irgendwelche Würmer? Nein. Boden feucht. Boden feucht. Noch, äh, Reparaturen zu erledigen. Pflanztisch. Bodenkern 95. Ja, den kann man nicht reparieren. Einige Pflanzen können geerntet werden. Sehr gut. So eine Hütte. Na klar, die nehmen wir noch mit. Welche Hütte ist es denn? Ach, die. Da waren wir ja auch schon mal. Oh, das sieht auch aus wie so eine Hand hier. Das haben sie mit Absicht gemacht. Sehr witzig. Oder? Wie so eine Kralle. Mwahaha. Eine Zombie-Klaue. So, perfekt. Gut, wir rüsten das auf. Dann sollte das mit der Kontamination ein bisschen besser werden. Schon wichtig mit diesem schwarzen Regen. Nicht so cool. So. Aber das Regenfass hat sich nicht vollständig gefüllt. Das heißt, man könnte auch wirklich mal überlegen, ob wir die Effizienz nochmal steigern. Aber da geht aktuell nicht. Ach, es wäre wirklich gut, das Ding hier zu bauen. Weißt du? Das wäre schon cool für die ganzen kaputten Radios und Fernseher und so. Wäre das auf lange Sicht sicherlich eine feine Sache. So, was kostet denn das Ding hier? Für das elektronische Schlosskummer hier auch. Schalter, Batterie. Ich weiß noch nicht. Bin mir noch nicht ganz sicher. Sich den Mutanten nähern. So. Bada boom. Bada bang. So, du jetzt auch bitte. Bada bang. Na prima. Mhm. Perfekt. Besser könnte es nicht laufen. So, 98. 98 ist okay. Wie gesagt, die Effizienz ein bisschen steigern. Dennoch eine ganz coole Option. Gucken wir mal. So, das nehmen wir uns. Dann gucken wir nochmal. Also wir brauchen noch einen Schutzschalter. Und eine Platte. Was wollen wir denn da investieren? Wir können ja auch Holz investieren. Letztlich. So brauchen wir Holz. Aktuell erstmal nicht. Das Nylon behalten wir mal. Für Verbandskram. Gummi. Und Eimer. Brauchen wir auch nicht. Eimer brauchen wir auch nicht. Und das haben wir gesagt. Brauchen wir auch nicht. Und ein so ein Blümchen. Können wir auch mal verarbeiten. Jawohl. So, dann kommen wir noch dem Ganzen schon etwas näher. Könnten wir denn hier. Ach, fehlt uns der Sonnenhut. Aber den haben wir doch mitgenommen, glaube ich jetzt. Kommen wir dem Ganzen schon ein bisschen näher. Was mich sehr freut. Keinen Samen gesät. Samen pflanzen und Pflanzen ernten. Ach nee, warte mal. Moment. Wichtig. So. Und dann können wir die Pflanzen ernten gehen da unten. Ja, perfekt Freunde. Läuft. Läuft okay. Ja, wir wissen bei Shelter, das kann immer gnadenlos sein. Und mit einem Schlag zu Ende. Wir waren ja schon am Rande des Abgrunds. Aber es sieht gut aus. Kommen unsere Leute zurück. Jawohl. Perfekt. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi. Also, ich wünsche euch mal irgendwie. Wir sehen uns wieder.